Ich bin Claudia Gianni-Leber. Meine Galerie heißt Arte Gianni und befindet sich in Frankfurt am Main. Seit 2019 komme ich zur Fotobasel und finde es hier sehr schön. Ich stelle gerne meine Fotografiekünstler vor. Schauen wir uns vielleicht zwei Positionen an. Auf dieser Seite habe ich Fotografien von Peter Schlör, ein Mannheimer Künstler, der als Landschaftsfotograf viel reist. Ich habe Motive aus Neuseeland dabei oder von den Kanarischen Inseln, La Palma oder Gran Canaria, ein kleines Foto sogar aus Schweden. Und aus seiner Heimat Mannheim ist auch etwas dabei. Er findet schöne Landschaftsmotive überall. Auf der anderen Seite, vis-à-vis, geht es mit Landschaft weiter, mit Kaspar Kowalski aus Polen, aber Landschaft aus einer ganz anderen Perspektive. Kowalski ist Luftfotograf. Er fliegt selber und fotografiert selber. Besonders gerne fliegt er im Winter, um den Schnee und das Eis als verfremdendes Element zu nutzen. Es entstehen bizarre und manchmal sehr rätselhafte Landschaften und Blicke auf Flächen und Landschaften, die wir so gar nicht kennen. Ja, ich glaube, damit habe ich einen kleinen Einblick gegeben und wünsche weiterhin viel Spaß.